Herzlich Willkommen bei Alpha Centauri. Eine der interessantesten Fragen, die man überhaupt stellen kann, ist die Frage, sind wir allein im Universum? Und dass diese Frage aus der Science-Fiction-Literatur rausgenommen und in die Astrophysik, also in die seriöse Naturwissenschaft, reingenommen worden ist, das verdanken wir vor allen Dingen der Entwicklung der Technologie, die es uns nämlich möglich macht, Dinge am Himmel zu beobachten, von denen man vorher also noch nicht mal eine Ahnung hatte, dass es sie überhaupt gibt. Wir können präziser beobachten, wir sind empfindlicher und wir können das gesamte elektromagnetische Spektrum beobachten. Das heißt, wir können die kosmische Zeitung, die elektromagnetische Strahlung eben ziemlich genau inzwischen untersuchen danach, ob vielleicht an irgendeiner Stelle in der Milchstraße ein Stern vorhanden ist, der möglicherweise die Voraussetzungen bringt, damit um ihn herum ein Planet existiert, wo möglicherweise und so weiter und so weiter, Sie wissen schon, was ich meine, vielleicht auch da ein denkendes und liebendes Gehirn da ist, was sich Gedanken darüber macht, bin ich eigentlich allein in diesem Universum oder was? Eines dieser Systeme, von denen man die ganze Zeit gehofft hatte, da könnte vielleicht was sein, das ist ein System, was nur zwölf Lichtjahre von uns entfernt ist, also das heißt, Sie kriegen jetzt gerade von uns die Information aus dem Jahr 1994, denn elektromagnetische Wellen, die die Erde, ob sie will oder, also die Zivilisation auf der Erde, ob sie will oder nicht, ans Universum abgehen, bewegt sich ja mit Lichtgeschwindigkeit, das heißt, in einem Abstand von zwölf Lichtjahren kommen jetzt gerade elektromagnetische Wellen zum Beispiel von einem Radio- und Fernsehprogramm an, was vor zwölf Jahren abgesendet wurde. Übrigens am Rand erwähnt, vielleicht ist das ja der Grund, weshalb die sich noch nicht mit uns in Verbindung gesetzt haben, denn von der Sendung Alpha Centauri konnten die ja noch nichts wissen oder können die noch nichts wissen, weil die sind erst, die hat ja erst 1998 gestartet. Aber wir kommen wieder zurück zu diesem System, dessen Namen ich noch nicht genannt habe, das System heißt Tau Ceti. Es handelt sich um den nächsten sonnenähnlichen Stern, zwölf Lichtjahre von uns entfernt, ein bisschen leichter als die Sonne, ein bisschen weniger Leuchtkraft, ein bisschen geringere Temperatur, aber ansonsten ist es eigentlich ein Stern, von dem man gedacht hätte, na, da könnte es geklappt haben, da könnte ein Planet sein, der ist bis jetzt noch nicht gefunden worden, nee, es ist was ganz anderes gefunden worden in letzter Zeit, vor allen Dingen durch Infrarotbeobachtungen. Das Tau Ceti-System ist merkwürdig in vielerlei Hinsicht. Der Titel der heutigen Sendung ist, was ist im Tau Ceti-System los? Das System hat uns sehr überrascht, da hatte man doch wirklich gehofft, da ist was, was so sein könnte, wie wir, wie das Sonnensystem und stattdessen, na, Sie werden ja gleich hören. Also, Tau Ceti, ein System, das sich dadurch auszeichnet, dass es einfach unser sonnenähnlichster Nachbar ist. Der sonnenähnlichste nächste Nachbar. Wir werden am Ende der Sendung hören, da gibt es noch einen dritten und, naja. Also, Tau Ceti ist ein sonnenähnlicher Stern und der ist 10 Milliarden Jahre alt. Von einem Stern, der so alt ist, würde man eigentlich erwarten, wenn der was um sich herum hat, dann sind es entwickelte Planeten und ansonsten ist alles weg. Wenn da mal eine Staubscheibe drumherum war, wie wir ja wissen von vielen Sternen, dass die Staubscheiben in ihrer Frühphase haben, dann sind diese Staubscheiben entweder von dem Stern weggeblasen worden durch den Strahlungsdruck oder die Staubteilchen haben sich zu Planeten verdichtet und ansonsten ist da leerer Raum um den Stern. Aber bei Tau Ceti zeigt sich was anderes, was ganz anderes. Also, wie gesagt, der ist 10 Milliarden Jahre alt, also ein später G-Stern. Unsere Sonne am Rande, nur, dass Sie sich noch erinnern, ist 4,5 Milliarden Jahre alt. Das ist also im besten Sternenalter. Tau Ceti wird 12 Milliarden Jahre alt werden. Und dieser Stern, Tau Ceti, zeigt eine ausgedehnte Trümmerscheibe. Ausgedehnt. Bis 55 astronomische Einheiten. Sie erinnern sich? Eine astronomische Einheit, Abstand Erde-Sonne. Das Sonnensystem hat ebenfalls einen solchen Trümmergürtel, den nennt man Kuipergürtel, der geht aber im Sonnensystem bei 35 astronomischen Einheiten los und hat eigentlich so gut wie keine große Masse. Ganz wenig. Im Tau Ceti-System verrät uns die Infrarotstrahlung über die Staubmasse in dieser Scheibe. Und die ist ziemlich groß. Tau Ceti hat 120 mal mehr Staub um sich herum als das Sonnensystem. 120 mal mehr. Ein Stern, der doppelt so alt ist wie die Sonne, hat immer noch 120 mal mehr Staub um sich herum als die Sonne. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Weil erstens, wie gesagt, man würde gar nicht erwarten, dass da überhaupt noch großartiger Staub ist. Und zweitens, wieso hat der so viel Staub? Aus der Form, also aus dem Spektrum, was man beobachtet, kann man sogar eine Aussage darüber machen, was für Brocken in dieser Staubscheibe drin sein müssen. Es handelt sich um 10 bis 20 Kilometer große Asteroiden. Also richtig große Felsbrocken. Natürlich gibt es auch kleineres Material, aber die sind sehr häufig. Die sind so häufig, dass man sich zum Beispiel überlegen könnte, wenn um Tau Ceti in einem Abstand von, sagen wir mal, einem oder einem halben astronomischen Einheit, ein Planet wäre, der so ähnlich ist wie die Erde. Und auf diesem Planeten würde sich vielleicht auch möglicherweise Kohlenstoff zu größeren Molekülen aufgemacht haben. Was bedeutet dann diese unglaubliche Menge an großen Brocken in dem äußeren Bereich des Tau Ceti-Systems? Nun, es würde bedeuten, oder wenn dieser Planet existiert, dann bedeutet das, dass dieser Planet Dauer, unter Dauerbeschuss steht, von 10 Kilometer großen Brocken. Was das bedeutet, ist klar. Vor 65 Millionen Jahren, zumindest ist das einer der Einschläge, von denen wir wissen, ist es zu einer globalen Katastrophe gekommen durch so einen Einschlag. Wenn sich also Leben auf einem Planeten um Tau Ceti herum entwickelt haben sollte, dann wird die Entwicklung dieses Lebens pausenlos gestört durch Einschläge von 10 Kilometer großen Brocken. Ich meine, das ist jetzt sozusagen die Science-Fiction- und Spekulationsvariante gewesen. Wissenschaftlich wird es noch auf einer ganz anderen Art und Weise interessant. Betrachten wir das Ganze mal in einem etwas größeren Kontext. Wir schauen unser Sonnensystem an und sehen unser Sonnensystem, 4,5 Milliarden Jahre alt, da gibt es die voll entwickelten Planeten innen drin und drumherum gibt es diesen sogenannten Kuipergürtel. Also, fein. Zunächst mal haben wir ja das Riesendusel, dass der Jupiter, in einem Abstand fünfmal so weit entfernt von der Sonne wie die Erde, die Eindringlinge von draußen, also im Wesentlichen immer wieder draußen hält, durch seine Schwerkraft. Er ist ja doppelt so schwer wie alle anderen Planeten zusammen. Und der beschützt sozusagen die inneren Teile des Sonnensystems. Bei Tau Ceti haben wir also 120 Mal mehr davon. Also, die Einschlagrate ist wesentlich höher. Jetzt gucken wir uns mal einen Stern an, der ebenfalls sehr nahe zur Sonne steht, nämlich Epsilon Eridani, ein junger G-Stern. Der ist noch nicht mal eine Milliarde Jahre alt, also gerade so am Werden. Und der hat noch mehr Staub. Epsilon Eridani erzählt uns also etwas über das Sonnensystem, als es eine Milliarde Jahre alt war. Da war unglaublich viel Staub, das können wir gut verstehen. Ja, damals war die Einschlagrate auf die Ur-Erde wahrscheinlich auch noch sehr hoch, wobei eine Milliarde Jahre schon fast ein bisschen zu lang ist. Aber Epsilon Eridani erzählt uns, ein G-Stern hat normalerweise viel Staub, wenn er beginnt. Tau Ceti erzählt uns, ein G-Stern hat normalerweise sehr viel Staub, wenn er auch schon sehr alt ist. Und dazwischen die Sonne. Ein G-Stern im besten Sternenalter, viereinhalb Milliarden Jahre alt, und hat keinen Staub, so gut wie keinen. Also deutlich weniger. Sozusagen auf der Prozentebene. Die haben alle beide deutlich, also Epsilon Eridani, junger G-Stern, Tau Ceti, alter G-Stern, haben beide deutlich mehr Staub als unsere Sonne. Wenn, das heißt, wenn die Bedingung für Leben auf einem Planeten, die kann ja nicht irgendwo entstehen. Darüber sind wir uns ja einig, hoffentlich. Also Leben ist ja nicht irgendwas, das ist ja nicht irgendeine Gaswolke oder irgendein Gedanke, sondern Leben ist ja eine Selbstreproduktionsanlage. Leben ist ein Durchlauferhitzer. Leben ist ein Durchlauferhitzer, das heißt, man muss mit dem Planeten nah genug an den Stern heran. Deswegen sind die G-Sterne ja so wichtig, weil sie es auf der einen Seite möglich machen, dass der Planet nah genug dran sein muss, um genügend Leuchtkraft, also Strahlung aufzunehmen. Aber auf der anderen Seite auch nicht zu nah dran sein kann, weil ansonsten wird er in seiner Eigendrehung total abgebremst. Also die ganz kalten, kleinen Sterne sind nicht geeignet für Lebewesen, also für die Entwicklung von Leben, weil da die Planeten so nah dran sein müssen, dann würden sie sich nicht mehr drehen. Sie kennen das doch, Synchronisation, natürlich. Sie kennen doch den Mond. Natürlich, ja. Der Mond zeigt uns immer die gleiche Seite, denn seine Rotation ist synchronisiert. Und diese Synchronisation würde bei jedem Planeten passieren, wenn er zu nah an den Stern heran muss. G-Sterne haben das richtige Licht, man hat die richtige bewohnbare Zone in dem jeweiligen System. Wenn die größeren Sterne, die viel schwerer sind als die Sonne, deren Licht ist zu hart, zu viel UV-Strahlung, zu viel Röntgenstrahlung, ja, und gleichzeitig ist deren Entwicklungszeit viel zu kurz. Die leben ja teilweise nur ein paar Millionen Jahre, also wenn die so richtig schwere Brocken sind, so 20, 30 Sonnenmassen, die haben ja nur ein paar Millionen Jahre Lebensdauer. Also die G-Sterne sind, das können Sie sich gut merken, sind gute Sterne für die Entwicklung von Leben. Aber umso schlimmer ist es, wenn man die ganze Diskussion über, sind wir allein im Universum, zunächst einmal mit der Aussage beginnt, im Grunde genommen können wir uns ja nichts Besonderes einbilden, wir sind der kosmische Normalfall, also der Durchschnittsbürger, unser Sonnensystem hat durchschnittliche Eigenschaften und wir stellen fest, unser Sonnensystem hat keine durchschnittlichen Eigenschaften. Gut, ich weiß, das kommt ja hier bei mir an, wenn Sie das so hören, also bei drei Sternen kann man noch nicht von einer wirklich guten Statistik sprechen, das stimmt. Aber wenn wir unsere solare Umgebung für wiederum Durchschnitt halten und wir erkennen an unseren stellaren Nachbarn, dass da die Staubmassen schon wieder völlig anders sind als bei uns, müssen wir uns die Frage stellen, wie kann das sein? Was ist da passiert? Was ist im frühen Sonnensystem passiert, dass unsere Sonne, wenn sie denn genauso viel Staub gehabt haben sollte, wie die beiden anderen, nämlich wie Epsilon Eridani und wie Tau Ceti, was ist da passiert? Da gibt es nur eine einzige Möglichkeit. An unserem Sonnensystem muss seinerzeit, also ziemlich früh in der Entwicklung des Sonnensystems, ein anderer Stern vorbeigeflogen sein. Und das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, was da eigentlich passiert sein muss. Erstens, die Schwerkraft dieses anderen stellaren Körpers hat dazu geführt, dass der Außenbereich des Sonnensystems von großen Mengen an Staub befreit worden ist. Der Staub ist sozusagen komplett aus dem Sonnensystem rausgeflogen. Das war das eine. Klar, der muss ihn praktisch mitgenommen haben. Wenn, wie gesagt, wenn unser System genauso war wie Epsilon Eridani und wie Tau Ceti, nämlich diese unglaublichen Staubmengen am Rand. Okay, der muss also den Staub mitgenommen haben. Das ist gut. So weit sind sie noch dabei. Aber wenn der Stern zu nah an der Sonne vorbeigeflogen wäre, dann hätte er nämlich auch die Bahn der Planeten so heftig gestört, dass das Sonnensystem, so wie wir es heute sehen, gar nicht mehr existieren würde. Das heißt, das ist eine ganz delikate Stabilitätsanalyse, die man hier treffen muss, die man machen muss. Man muss nämlich auf der einen Seite sehen, wie nah muss er vorbeigeflogen sein, um den Staub außen abzuräumen, aber wie weit muss er auch entfernt gewesen sein, damit wenigstens die inneren Planeten, sagen wir mal so bis Saturn, Uranus und Neptun, nicht aus ihren Bahnen herausgenommen hat, herausgezogen hat. Ist ja klar, Schwerkraft ist die einzige Wechselwirkung im Universum, die nicht abschirmbar ist. Also wenn eine Masse am Sonnensystem vorbeifliegt, dann merken die Massen im Sonnensystem und namentlich natürlich auch die Sonne, die spüren das alle, die reagieren darauf. Für die leichten, für die ganz leichten Teilchen, nämlich für die Staubteilchen, für die 10 Kilometer großen Brocken hat es bedeutet, die fliegen raus. Für einen Planeten kann ein naher Vorbeiflug eines anderen Sterns am Sonnensystem bedeuten, dass er aus seiner Bahn rausgeschmissen wird. Oder, was natürlich, sagen wir mal, ein bisschen delikater ist, wenn seine Bahn ein bisschen verzerrt wird, also aus einer möglicherweise fast kreisrunden Bahn, wird dann eine Ellipsenbahn. Was dazu führen kann, über kurz oder lang, dass er ebenfalls entweder mit einem anderen Planeten zusammenstößt oder aus dem ganzen System rausgefeuert wird. Das heißt, unser Sonnensystem hat, vorausgesetzt unser Sonnensystem hatte von Anfang an die gleichen Anfangsbedingungen, das ist jetzt ein bisschen doppel gemoppelt, aber ich meine es genauso, die gleichen Anfangsbedingungen wie alle anderen G-Sterne, diese Riesenmenge Staub, hat unser Sonnensystem eine merkwürdige Entwicklung durchgemacht. Also nicht nur, dass es als Einzelstern entstanden ist, was ja nicht unbedingt der Normalfall ist, G-Sterne entstehen normalerweise eher in Doppel- oder Dreifachsystemen, sondern es muss am Anfang auch zu einem sehr genauen Vorbeigang eines anderen Sterns gekommen sein, der im Außenraum des Sonnensystems den Staub abgeräumt hatte, ohne gleichzeitig die Bahnen im Innern des Sonnensystems nennenswert zu stören. Also so erkennen wir wieder mal sozusagen aus der Betrachtung der anderen Sterne das möglicherweise Besondere unseres eigenen Systems. Also vielleicht ist es nicht immer gut davon auszugehen, dass man selber nur Durchschnitt ist. Die Science-Fiction und Spekulationsvariante gewesen. Wissenschaftlich wird es noch auf einer ganz anderen Art und Weise interessant. Betrachten wir das Ganze mal in einem etwas größeren Kontext. Wir schauen unser Sonnensystem an und sehen unser Sonnensystem, viereinhalb Milliarden Jahre alt, da gibt es die vollentwickelten Planeten innen drin und drumherum gibt es diesen sogenannten Kuipergürtel. Fein. Zunächst mal haben wir ja das Riesendusel, dass der Jupiter in einem Abstand fünfmal so weit entfernt von der Sonne wie die Erde die Eindringlinge von draußen, also im Wesentlichen immer wieder draußen hält, durch seine Schwerkraft. Er ist ja doppelt so schwer wie alle anderen Planeten zusammen. Und der beschützt sozusagen die inneren Teile des Sonnensystems. Bei Tauzeti haben wir also 120 Mal mehr davon. Also die Einschlagrate ist wesentlich höher. Jetzt gucken wir uns mal einen Stern an, der ebenfalls sehr nahe zur Sonne steht, nämlich Epsilon Eridani, ein junger G-Stern. Der ist noch nicht mal eine Milliarde Jahre alt, also gerade so am Werden. Und der hat noch mehr Staub. Epsilon Eridani erzählt uns also etwas über das Sonnensystem, als es eine Milliarde Jahre alt war. Da war unglaublich viel Staub, das können wir gut verstehen. Damals war die Einschlagrate auf die Urerde wahrscheinlich auch noch sehr hoch, wobei eine Milliarde Jahre schon fast ein bisschen zu lang ist. Aber Epsilon Eridani erzählt uns, ein G-Stern hat normalerweise viel Staub, wenn er beginnt. Tauzeti erzählt uns, ein G-Stern hat normalerweise sehr viel Staub, wenn er auch schon sehr alt ist. Und dazwischen die Sonne. Ein G-Stern im besten Sternenalter, 4,5 Milliarden Jahre alt und hat keinen Staub, so gut wie keinen. Also deutlich weniger. Sozusagen auf der Prozentebene. Die haben alle beide deutlich, also Epsilon Eridani, junger G-Stern, Tauzeti, alter G-Stern, haben beide deutlich mehr Staub als unsere Sonne. Wenn, das heißt, wenn die Bedingung für Leben auf einem Planeten, der kann ja nicht irgendwo entstehen. Darüber sind wir uns ja einig, hoffentlich. Also Leben ist ja nicht irgendwas, das ist ja nicht irgendeine Gaswolke oder irgendein Gedanke, sondern Leben ist ja eine Selbstreproduktionsanlage. Ist ein Durchlauferhitzer. Leben ist ein Durchlauferhitzer, das heißt, man muss mit dem Planeten nah genug an den Stern heran. Deswegen sind die G-Sterne ja so wichtig. Weil sie es auf der einen Seite möglich machen, dass der Planet nah genug dran sein muss, um genügend Leuchtkraft, also Strahlung aufzunehmen. Aber auf der anderen Seite auch nicht zu nah dran sein kann, weil ansonsten wird er in seiner Eigendrehung total abgebremst. Also die ganz kalten, kleinen Sterne sind nicht geeignet für Lebewesen, also für die Entwicklung von Leben, weil da die Planeten so nah dran sein müssen, dann würden sie sich nicht mehr drehen. Sie kennen das doch, Synchronisation, natürlich. Sie kennen doch den Mond. Natürlich, ja. Der Mond zeigt uns immer die gleiche Seite, denn seine Rotation ist synchronisiert. Und diese Synchronisation würde bei jedem Planeten passieren, wenn er zu nah an den Stern heran muss. G-Sterne haben das richtige Licht, man hat die richtige bewohnbare Zone in jedem Sternenalter, viereinhalb Milliarden Jahre alt, und hat keinen Staub. So gut wie keinen. Also deutlich weniger. Sozusagen auf der Prozentebene. Die haben alle beide deutlich, also Epsilon Eridani, junger G-Stern, Tau C, die alter G-Stern, haben beide deutlich mehr Staub als unsere Sonne. Aber wenn, das heißt, wenn die Bedingung für Leben auf einem Planeten, die kann ja nicht irgendwo entstehen, darüber sind wir uns ja einig, hoffentlich. Also Leben ist ja nicht irgendwas, das ist ja nicht irgendeine Gaswolke oder irgendein Gedanke, sondern Leben ist ja eine Selbstreproduktionsanlage. Ist ein Durchlauferhitzer. Leben ist ein Durchlauferhitzer, das heißt, man muss mit dem Planeten nah genug an den Stern heran. Deswegen sind die G-Sterne ja so wichtig, weil sie es auf der einen Seite möglich machen, dass der Planet nah genug dran sein muss, um genügend Leuchtkraft, also Strahlung aufzunehmen, aber auf der anderen Seite auch nicht zu nah dran sein kann, weil ansonsten wird er in seiner Eigendrehung total abgebremst. Also die ganz kalten, kleinen Sterne sind nicht geeignet für Lebewesen, also für die Entwicklung von Leben, weil da die Planeten so nah dran sein müssen, dann würden sie sich nicht mehr drehen, sie kennen das doch, Synchronisation, natürlich. Sie kennen doch den Mond, natürlich, ja, der Mond zeigt uns immer die gleiche Seite, denn seine Rotation ist synchronisiert. Und diese Synchronisation würde bei jedem Planeten passieren, wenn er zu nah an den Stern heran muss. G-Sterne haben das richtige Licht, man hat die richtige bewohnbare Zone in dem jeweiligen System, wenn die größeren Sterne, die viel schwerer sind als die Sonne, deren Licht ist zu hart, zu viel UV-Strahlung, zu viel Röntgenstrahlung, und gleichzeitig ist deren Entwicklungszeit viel zu kurz. Die leben ja teilweise nur ein paar Millionen Jahre, also wenn die so richtig schwere Brocken sind, so 20, 30 Sonnenmassen, die haben ja nur ein paar Millionen Jahre Lebensdauer. Also die G-Sterne sind, das können Sie sich gut merken, sind gute Sterne für die Entwicklung von Leben. Aber umso schlimmer ist es, wenn man die ganze Diskussion über, sind wir allein im Universum, zunächst einmal mit der Aussage beginnt, im Grunde genommen können wir uns ja nichts Besonderes einbilden, wir sind der kosmische Normalfall, also der Durchschnittsbürger, unser Sonnensystem hat durchschnittliche Eigenschaften, und wir stellen fest, unser Sonnensystem hat keine durchschnittlichen Eigenschaften. Gut, ich weiß, das kommt ja hier bei mir an, wenn Sie das so hören, also bei drei Sternen kann man noch nicht von einer wirklich guten Statistik sprechen, das stimmt. Aber wenn wir unsere solare Umgebung für wiederum Durchschnitt halten und wir erkennen an unseren stellaren Nachbarn, dass da die Staubmassen schon wieder völlig anders sind als bei uns, müssen wir uns die Frage stellen, wie kann das sein? Was ist da passiert? Was ist im frühen Sonnensystem passiert, dass unsere Sonne, wenn sie denn genauso viel Staub gehabt haben sollte, wie die beiden anderen, nämlich wie Epsilon Eridani und wie Tau Ceti, was ist da passiert? Da gibt es nur eine einzige Möglichkeit. An unserem Sonnensystem muss seinerzeit, also ziemlich früh in der Entwicklung des Sonnensystems, von dem wir wissen, ist es zu einer globalen Katastrophe gekommen durch so einen Einschlag. Wenn sich also Leben auf einem Planeten um Tau Ceti herum entwickelt haben sollte, dann wird die Entwicklung dieses Lebens pausenlos gestört durch Einschläge von zehn Kilometer großen Brocken. Ich meine, das ist jetzt sozusagen die Science-Fiction- und Spekulationsvariante gewesen. Wissenschaftlich wird es noch auf einer ganz anderen Art und Weise interessant. Betrachten wir das Ganze mal in einem etwas grösseren Kontext. Wir schauen unser Sonnensystem an und sehen unser Sonnensystem, viereinhalb Milliarden Jahre alt, da gibt es die voll entwickelten Planeten innen drin und drumherum gibt es diesen sogenannten Kuipergürtel. Und fein. Zunächst mal haben wir ja das Riesendusel, dass der Jupiter in einem Abstand fünfmal so weit entfernt von der Sonne wie die Erde die Eindringlinge von draußen, also im Wesentlichen immer wieder draußen hält durch seine Schwerkraft. Er ist ja doppelt so schwer wie alle anderen Planeten zusammen und der beschützt sozusagen die inneren Teile des Sonnensystems. Bei Tau Ceti haben wir also 120 Mal mehr davon, also die Einschlagrate ist wesentlich höher. Jetzt gucken wir uns mal einen Stern an, der ebenfalls sehr nahe zur Sonne steht, nämlich Epsilon Eridani, ein junger G-Stern. Der ist noch nicht mal eine Milliarde Jahre alt, also gerade so am Werden und der hat noch mehr Staub. Epsilon Eridani erzählt uns also etwas über das Sonnensystem, als es eine Milliarde Jahre alt war. Da war unglaublich viel Staub, das können wir gut verstehen. Damals war die Einschlagrate auf die Urerde wahrscheinlich auch noch sehr hoch, wobei eine Milliarde Jahre schon fast ein bisschen zu lang ist. Aber Epsilon Eridani erzählt uns, ein G-Stern hat normalerweise viel Staub, wenn er beginnt. Tau Ceti erzählt uns, ein G-Stern hat normalerweise sehr viel Staub, wenn er auch schon sehr alt ist. Und dazwischen die Sonne. Ein G-Stern im besten Sternenalter, 4,5 Milliarden Jahre alt und hat keinen Staub, so gut wie keinen. Also deutlich weniger. Sozusagen auf der Prozentebene. Die haben alle beide deutlich, also Epsilon Eridani, junger G-Stern, Tau Ceti, alter G-Stern, haben beide deutlich mehr Staub als unsere Sonne. Wenn, das heißt, wenn die Bedingung für Leben auf einem Planeten, der kann ja nicht irgendwo entstehen. Darüber sind wir uns ja einig, hoffentlich. Also Leben ist ja nicht irgendwas, das ist ja nicht irgendeine Gaswolke oder irgendein Gedanke, sondern Leben ist ja eine Selbstreproduktionsanlage. Ist ein Durchlauferhitzer. Leben ist ein Durchlauferhitzer, das heißt, man muss mit dem Planeten nah genug an den Stern heran. Deswegen sind die G-Sterne ja so wichtig. Weil sie es auf der einen Seite möglich machen, dass der Planet nah genug dran sein muss, um genügend Leuchtkraft, also Strahlung aufzunehmen. Aber auf der anderen Seite auch nicht zu nah dran sein kann, weil ansonsten wird er in seiner Eigendrehung total abgebremst. Also die ganz kalten, kleinen Sterne sind nicht geeignet für Lebewesen, also für die Entwicklung von Leben, weil da die Planeten so nah dran sein müssen, dann würden sie sich nicht mehr drehen. Sie kennen das doch, Synchronisation, natürlich.